Herzlich willkommen zum Gadget des Tages hier bei Pearl TV. Und heute handelt es sich um ein ganz besonderes Gadget, denn haben Sie sich schon mal gefragt, was ist eigentlich auf Ihren Karten? So eine klassische Karte von der Krankenversicherung. Die kennen Sie, wie die ausschaut, mit so einem kleinen Chip vorne drauf. Sie werden Ihre wahrscheinlich im Portemonnaie haben, dass Sie sie beim Arzt immer vorzeigen müssen. Was ist da genau drauf? Welche Daten sind da von Ihnen gespeichert? Nur Ihre Adresse, noch weitere Daten, vielleicht etwas zu Ihrer Krankheitsgeschichte. Was ist denn da? Das kann man mal anschauen. Und zwar mit unserem Cardreader. Da kann man noch sehr viel mehr mitmachen. Und da ist der Carsten hier bei mir im Studio. So ein Gadget, was wir hier haben, so ein Produkt. Das ist mal was ganz Außergewöhnliches. Ich habe das noch nie vorher gesehen. Aber es ist mal ganz, ganz spannend. Und es wird reichlich bei uns bestellt. Ja, zu Recht. Ganz ehrlich, Kati, ich habe also auch schon seit vielen Jahren immer mal wieder in den Elektronikfachmärkten, wenn man schon mal da ist und sich auch immer für andere Artikel interessiert, genau nach so etwas geguckt. Und ich weiß, dass es vielen von Ihnen zu Hause ähnlich geht. Denn wie du das gerade schon richtig sagtest, du hast so viele Karten, du hast deine Versicherungskarte, da ist ein Chip drauf und da sind Daten drauf gespeichert. Natürlich haben die meine Adresse, die haben mein Geburtsdatum. Ja, das sind so klassische Adressdaten, Daten, die ganz einfach auch sein müssen. Aber was da sonst noch drauf ist, weiß ich nicht wirklich. Meine Versicherung verrät es mir nicht, selbst dann nicht, wenn ich nachfrage. Du hast auf den Bankkarten, egal ob EC-Karte oder eine ganz einfache VR-Bankkarte, immer diese Chips drauf, weiß aber nicht wirklich, was Banken beispielsweise für Daten von dir gespeichert haben. Oder auch diese ganzen Payback-Karten, die hast du ja auch. Das ist ja auch was Interessantes. Was ist da eigentlich über mich gespeichert? Richtig. Und das Problem ist eben, es gibt eigentlich keinen wirklichen multifunktionalen Kartenleser, der all diese Dinge abdeckt, quasi bis heute. Ich habe solche Teile wirklich gesucht, wie der Teufel, die arme Seele. Und hier haben wir es für Sie im Programm für noch nicht mal 24 Euro. Das ist unser Multicard-Reader. Und damit können Sie sämtliche Chipkarten, Sie können sämtliche Speicherkarten, wie SD-Karten, Mikro-SD-Karten. Sie können aber auch die SIM-Karten beispielsweise von Ihrem Handy damit hervorragend auslesen. Und gerade auch die SIM-Karten von Ihrem Handy auch direkt am Computer bearbeiten. Inwieweit macht es Sinn, eine SIM-Karte seines Handys am Computer zu bearbeiten? Nun, zum Beispiel die ganzen Adressdaten. Und ich habe mittlerweile, glaube ich, 300, 400 Adressdaten da drauf. Mit Telefonnummer, mit E-Mail-Adresse, mit Adressdaten und so weiter. Die sind alle bei mir auf der SIM-Karte meines Handys gespeichert. Die kannst du natürlich synchronisieren, wenn du jetzt mal ein neues Handy bekommst. Aber die zu bearbeiten ist recht umständlich, weil du immer wieder in den einzelnen Kontakt rein musst, um die Daten dann auszulesen und einzeln zu bearbeiten. Jetzt machst du das Ganze ganz einfach am PC. Da ist es wesentlich komfortabler und geht vor allen Dingen wesentlich schneller. Das Schöne ist, dass wir hier also wirklich einen Card-Reader haben, der nahezu alles lesen kann. Wir sehen also hier an der Seite die SD-Karten. Dann haben wir natürlich die SIM-Karten mit dabei, verschiedenste Speicherkarten. Ich drehe es Ihnen einfach mal, damit Sie mal sehen können, wie das im Einzelnen funktioniert. Also ein perfektes Kartenlesegerät für alle gängigen Formate heutzutage. Und gleichzeitig auch noch ein sogenannter aktiver, oder ein dreifach aktiver USB-Hub, so wird das Ganze genannt. Das heißt, du hast hier zwar einen USB-Steckplatz belegt, wenn du den Multicard-Reader mit dem Rechner verbindest, hast aber gleichzeitig drei weitere USB-Steckplätze, um bis zu drei verschiedene USB-Geräte ohne weiteres hier gleichzeitig mit deinem Computer zu verbinden. Das heißt, ich vermehre auch quasi durch dieses Gerät die USB-Steckplätze für meinen Computer oder meinen PC. Richtig, ganz genau. Viele Laptops haben beispielsweise nur einen oder vielleicht auch nur zwei USB-Steckplätze. Und wenn du da jetzt mal einen Drucker und eine Maus, eine Kabel gebunden, angeschlossen hast, sind alle Steckplätze besetzt. Wenn du jetzt zum Beispiel dein Smartphone synchronisieren möchtest oder aufladen möchtest oder deinen Camcorder anschließen möchtest, ist das mit den Steckplätzen schon wieder passé. Hier haben wir nochmal drei zusätzliche Steckplätze. Interessant ist es aber tatsächlich als Card-Reader. Denn grundsätzlich können Sie jetzt hier ganz einfach Ihre Chipkarten zum Beispiel, Ihre Bank, Ihre Versicherungskarten ganz einfach einfügen und direkt am Computer auslesen, was haben denn eigentlich die unterschiedlichsten Gesellschaften von dir für Daten gespeichert. Gutes Beispiel, ich habe eine ganze Zeit lang immer nur sporadisch mal Post von meiner Krankenversicherung bekommen und habe mich immer gefragt, wo das Problem eigentlich liegt. Nun, der eine Postbote war etwas findiger und konnte die Adresse vernünftig zuordnen, und ein anderer konnte mit der Postleitzahl nichts anfangen, weil wir ganz einfach einen Dreher in der Postleitzahl hatten. Ein Anruf bei der Versicherung hat gereicht, die haben das geändert und fertig war die ganze Geschichte. Ich wäre nie darauf gekommen, wenn ich da nicht mal in der Lage gewesen wäre, eben zu gucken, was für Daten gespeichert worden sind. 23,66 Euro kostet hier dieser Multi-Card-Reader, den wir heute für Sie im Angebot haben. Sehr beliebt bei uns hier bei Pearl TV mit der PX1289 und der 569. Können Sie den heute bestellen. Unser Gadget des Tages für Sie so hilfreich, den müssen Sie einfach haben. Deshalb schnell anrufen und bestellen.